Wenn es im Frühling anfängt zu blühen, wird das Leben in der Natur. Alle Orten fährt es angramseln. Auf der Matte schiessen tausende Gräschen und Kräutchen aus dem feuchtwarmen Boden. Sie strecken ihre Türchen der Sonne entgegen, wie ein ragelter junger Vögel aus dem Nest aus der Hals, wenn die Mutter mit einem Würmchen im Schnabel kommt, daher zu fliegen. Die Oeblumen recken sich und strecken sich und versuchen, ihren Köpfen aus den grünen Krägen zu ranken. Sie kämpfen zwischen den Gräsern, wie wenn sie Angst hätten, einen Zug zu verpassen. Eine Wespe-Königin raspelt an einem Moschen Gartenhag und sammelt Material für ihr Nest. Eine Woche sündet beim Waldrand und schälet die Heimchenfeis zum Hühnerhof über 100 Meter weit drinnen beim Bauernhaus. Auch die Menschen ziehen raus. In den Gärten auf den Balkonen schicken die Grillkönigen die ersten Rauchzeichen gegen den Himmel zu. Meine erste Grillwurst dieses Jahr habe ich übrigens in Zürich verdrückt. Ich war dort an einem Fest eingeladen. Ich bin also auf das Zürich kam. Tafeln wie Parken verboten, Halten verboten, Parken und Halten verboten, Parken und Fahrten verboten haben zum einladenden Bild dieser schönen Stadt beitragen. Das Leben hat pulsiert. Auf der Strasse hat es gewimmelt von fleissigen Polizisten, die Ausschau gehalten haben nach Parksündern. Ich bin Limmat nahe getuckert und habe mir alle Mühe gegeben, die vorgeschriebene Maximalgeschwindigkeit von 30 nicht zu überschritten. Wie ihr vermutlich wisst, gibt es ein ungeschriebenes, aber in westlicher Hemisphäre trotzdem allgemein gültiges Gesetz auf der Strasse. Demzufolge sind alle Mütter und Väter verpflichtet, Kinder wegen einhändig zu schieben, damit die andere Hand frei bleibt, um das Handy zu bedienen zu können. Das besagte Gesetz – in Rom hat man dem «just civile» gesagt – ist zur eisigen Tradition geworden, etwa so, wie wir an einem Kranken gute Besserung wünschen. Eltern, die nicht bereit sind, bei der kleinsten Bewegung von ihrem Sprössling sofort im Internet nachzuschauen, ob die Körperbewegung ein Ausdruck von Lebensfreude sein könnte, oder ob ihrem Zuckerbollen gerade ein traumatisierendes Käferchen über die Seele spaziert, oder ob er nur in die Hose geschissen hat, gelten als Rabeneltern. Sie sind entweder Hinterwäldler, die man nicht auf die Strasse lassen sollte, oder gefährliche Exzentriker, oder bestenfalls Klimaaktivisten, die noch einen Klumpen Asphalt an der Hand kleben und darum das Handy nicht bedienen können. Ich habe gestaunt, wie die Leute ihrer Pflicht nachgekommen und dem ungeschriebenen Gesetz geholfen haben. Auf dem Fussweg neben der Limmat haben Mütter und Väter ihre Kinder wegen unter dem jungen Grün von den Bäumen durchgeschoben. Und alle, so wie sich das gehört, das Handy in der einen Hand. Wie hypnotisiert und mit vorne krümmten Oberkörper haben sie auf Bildschirmen gestartet. Sie sind mir vorgekommen wie eine grosse Familie, die dank dem Handy alle miteinander verbunden sind, verbunden über irgendein Satellit im Weltall. Dann habe ich, glaube ich, auch zum ersten Mal richtig verstanden, was es heisst, AC mit dem Universum. Plötzlich sehe ich im Rückspiegel einen Biker. Im Zickzack kam der Herz zu zirkeln, wie ein Satellit, der von der Flugbahn abgekommen ist. Ein Kopfhörer auf dem Gering und das Handy in der linken Hand. So ist er anderthalb Zentimeter neben meinem rechten Aussenspiegel durchgefüllt. Dann ist er von meinem Karren durchgekurvet und hat die Strassenseite gewechselt. Ein Bruchteil von einer Sekunde habe ich in seinen Augen geschaut, wo sich offenbar wegen mir zu schmalen Schiesschartenschlitzen zusammengezogen haben. Was er mir zugerufen hat, habe ich nicht verstanden, aber Freundlichkeiten sind es glaube ich nicht gesehen. Die ganze Atmosphäre hat irgendwie nach Lünchjustiz geschmückt. Ein bisschen weiter vorne bei der Kreuzung ist er dort durchgebracht und er in einem Seitengässchen verschwunden. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich in dieser Situation emotional unbeteiliget geblieben wäre. Am Abend im Bett habe ich noch ein bisschen dieses Zeug nachher studiert. In meiner Vorstellung habe ich mich in die Lage von all diesen Babys in den Kinderwagen versetzt, die stundenlang nichts anderes sehen als Eltern, die in ihren Handys hineinglotzen. Ich habe zurückgedenkt an meine eigene Kindheit und an all die Bilder, die ich in meiner Erinnerung aufbewahrt habe. All die Bilder, die mich geprägt und geformt haben. Was ich betrachte, bestimmt, nach was ich betrachte. Nach dem, was ich betrachte, bestimmt, was ich betrachte. Als Junge, als ich noch nicht selbst die Hosen anlegen konnte, gab es so ein Morgenritual mit meiner Mutter. Auch so eine Art, ein Ungeschreibungsgesetz. Wir hatten dann in unserem Bauernhaus einen Kackelsitzhof. Ich bin auf dem Ofen gehockt und so konnte die Mutter mir den Pulli anlegen. Um die Hosen anlegen, bin ich aufgestanden. Und wenn alles gut eingepackt war und die Hosen gespannen, dann stand die Mutter einen Schritt zurück, hat die Arme ausgestreckt und ich bin gekumpelt und sie hat mich aufgefangen. Meistens habe ich dann gesagt, ich will noch einmal. Und natürlich wollte ich, dass sie noch einen Schritt weiter zurück steht. So bin ich aber gekumpelt, soweit ich konnte und so lange, bis die Mutter etwas anderes musste. Es gibt Bilder, die gehören nur mir. Und die entfalten ihre Farbe nur in meinem Herz. Jeder von uns hat solche Bilder. Und diese Bilder sind nicht zum Foteln und auch nicht zum Teilen, weil man sie nicht teilen kann. Und das ist eines dieser Bilder. Und ich bin froh, dass die Mutter kein Handy hatte und dass sie beide Hände frei hatten, für mich aufzufangen. Im Zusammenhang mit diesen Bildern ist mir noch eine andere Geschichte in Sinn gekommen. Der Pfarrer erzählte sie einmal an Weihnachten. Eine Geschichte, die er selbst als Junge erlebt hatte. Vor vielen Jahren hat der König von einem fernen Land der Schweiz einen Besuch abgestattet. Anlässlich dieser hohen Visiten gab es in Bern einen Empfang. Die ganze Stadt war auf den Beinen. Alle wollten den König schauen. Besonders die Kinder waren gespannt wie viele Bögen. Sie wollten natürlich wissen, ob dieser König so aussieht, wie einen von denen, die sie aus dem Meer kennen. Hunderte Leute sind am Strassenrand nahe gestanden und haben gewartet. Die Polizei hatte alles abgesperrt und geschaut, dass eine Gasse offen geblieben ist für die Königskarosse. Und dann endlich, im Schritttempo, kam dieser Konvoi von mehreren Limousinen daher. Grosse schwarze Luxuskarren. Und im einen von denen ist der König drin gesessen und hat den Leuten zugewunken. Die Kinder waren ein wenig enttäuscht, weil der König nicht mit Trosse und Kutschen daherkam und weil er keine Kronen auf dem Kopf hatte. Aber beeindruckt waren sie dann gleich. Am anderen Tag mussten sie in der Schule aufs Satz schreiben. Thema, der Besuch des Königs. Alle haben geschrieben. Die Gielen über die schwarzen Staatskarossen und die Mädchen über das schöne Kleid der Königin. Nur der Peter hat nichts geschrieben. Gelängweilig hat er an seinem Bleistift rumgekatscht. Er ging nicht schauen, wo der König gekommen ist. Darum hat er einfach geschrieben. Ich habe den König nicht gesehen. Der Pfarrer hat Bezug genommen auf Jesus. Auf die Bibelstelle, die erklärt, dass Jesus das unsichtbare Wesen von Gott sichtbar gemacht hat. Jesus ist das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Der König vom Himmel ist auf die Welt gekommen, damit wir Gott sehen und finden können. Abgeschlossen hat der Pfarrer die Geschichte mit den Worten. Ich hoffe, dass niemand von uns am Ende seinem Leben sagen muss, ich habe den König nicht gesehen. Abgeschlossen hat der Pfarrer der Pfarrer der Pfarrer der Pfarrer der Pfarrer der Pfarrer. Geheimkamp So Simon Ich bin auf die Arbeit für救能 warehouse. Bei einem Freund Ông Das ist bei jedem Conservative, in der pizza, wie mit drei� insgesamt es där, wo die Rolle in der Pfarrer der Pfarrer der vorstür. Eher Roche in der Pfarrer der Pfarrer der Pfarrer ist nicht bekannt.